Menschen bewegen, Welt verändern, als Salz und Licht. MOVE Audio, das Magazin der Allianz Mission zum Hören. Yassir Ehrig ist Leiter des Europäischen Instituts für Migration, Integration und Islamthemen an der Akademie für Weltmission in Korntal. Mit Hilfe der Allianz Mission setzt er sich für Menschen im Libanon ein. Von seiner Arbeit berichtet Felix Wiegner, Leiter des Servicebereichs Fundraising, in seinem Artikel Nothilfe Libanon. Seit der fürchterlichen Explosion im Hafen von Beirut im August 2020 ist der Libanon weitestgehend wieder aus den Nachrichten verschwunden. Dabei beherbergt das instabile Land nördlich von Israel viele Flüchtlinge aus dem benachbarten Syrien und befindet sich zugleich in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Etliche Hilfsorganisationen wie die UNHCR, United Nations Commissioner for Refugees, sind vor Ort. Doch einige Bedürftige fallen durch das Raster. Ehemalige Muslime, die aus Angst vor Repressionen die staatlichen Angebote nicht nutzen wollen und aus diesem Grund auch nicht als Flüchtlinge registriert sind. Sich vermehrt in Hauskreisen treffend, leben gerade diese Christen mit muslimischem Hintergrund völlig unterhalb des Radars. Dr. Yassir Ehrig war seit Januar bereits fünfmal vor Ort und hat die Christen besucht, Hausgemeinden unterstützt und engen Kontakt zu 300 Familien im Libanon aufgebaut. Als er die existenzielle Not der Glaubensgeschwister sah, denen es an medizinischer Hilfe, Wohnungen und auch Lebensmitteln mangelte, kontaktierte er die Allianz-Mission. Da wir Yassir seit mehreren Jahren kennen und seinen internationalen Einsatz schätzen, gaben wir ihm für seine letzte Reise Gelder in Höhe von 15.000 Euro mit. Er konnte hundert der am stärksten betroffenen Familien konkret weiterhelfen. Yassir berichtet. Sie, also diese Familien, waren sehr dankbar und fühlten sich zutiefst gesegnet durch die schnelle und direkte Hilfe der Allianz-Mission. Ein großer Teil der christlichen Familie beginnt ein neues Leben als Nachfolger Christi, Mit allem, was dies an inneren Veränderungen, der Notwendigkeit, mit neu erworbenem Glauben zu wachsen und dem Widerstand gegen Verfolgung von verschiedenen Fronten mit sich bringt. Neben weiterer Unterstützung bittet Yassir insbesondere um Gebet für unsere Geschwister im Libanon. Er freut sich auf seine nächste Reise, um zu ermutigen und hoffentlich auch wieder konkret Hilfe mitbringen zu können. Falls Sie die Nothilfe für die Christen im Libanon finanziell unterstützen wollen, können Sie dies durch eine Spende mit dem Verwendungszweck Libanon-Nothilfe tun. Vielen Dank!